Was da noch, wenn wir jetzt die andere Seite bedachten, es gibt noch keine Prozesse und ich komme ganz neu hinein und müsste mir diese erstmal erarbeiten, ist glaube ich noch so ein wichtiger Punkt, den wir auch immer wieder versuchen herauszuarbeiten und auch gerade bei Knowledge Management zum Beispiel haben wir darüber gesprochen, wie wichtig es ist, diese Prozesse so zu erarbeiten, dass die Menschen, die dann quasi ganz am Ende dieser Prozesse stehen, damit sinnvoll arbeiten können. Weil auch diese Contingency Planning Geschichte und das Reagieren, das ist ja vielleicht so eine Kaskade, die dann aber irgendwo enden muss und idealerweise muss man ja genau bei den Menschen quasi auch anfangen zu fragen, welche Prozesse können helfen, wenn die und die Dinge passieren. Also da kann man sich ja dann bestimmt irgendwelche Szenarien auch als neue Führungskraft überlegen und vielleicht damit ins Team gehen und auf die unterschiedlichen Stufen gehen und dann mit dem Team gemeinsam überlegen, wir wissen welche Stufe, welche Aufgaben hat in einem bestimmten Problemfall. Was können wir tun, wie können wir zumindest mal gut darüber kommunizieren, das ist ja mal Schritt 1 und dann kann ich weitergehen und mir überlegen, was würde euch helfen, eben Eskalationsstufen. Ab wann fühlt ihr euch so, dass ihr Hilfe braucht? Ab wann muss ich quasi auf euch zugehen? Oder gibt es etwas, wo wir jemanden anderen reinholen können? Oder gibt es dann eine Deadline, in der wir vielleicht nochmal als Team und so weiter und so fort? Also gibt es ja unendlich viele Dinge, die man sich dann pro Arbeitsfeld oder Branche überlegen muss. Aber ich glaube, dass es auch wieder so ein wichtiger, vielleicht auch so ein Führungsverständnis wieder ist drin zu haben, dass es sehr wohl immer so eine kollaborative Geschichte sein muss, solche Prozesse zu entwickeln. Also das ist glaube ich auch etwas, was Jocko ganz oft sagt, ist, dass es immer eigentlich bei größeren Plänen eigentlich immer darum geht, dass man zuerst das Team fragt, was sie denn gerne machen würden oder welche Überlegungen sie sich gemacht haben. Und ob dann am Ende das gemacht wird, was vielleicht jetzt die Führungskraft sowieso entschieden hat, das sei mal dahingestellt. Aber einfach dieser Prozess des gemeinsamen Entwicklens ist halt unheimlich viel wert, weil einfach dieses Feedback sehr, sehr wichtig ist von unterschiedlichen Seiten, wieder von Menschen, die dann damit arbeiten werden. Das heißt, die muss ich einbeziehen.